Schlägereien aus politischen Gründen gab es in diesen Tagen häufig, gelegentlich auch eine Schießerei Ein Duell zwischen zwei Mitgliedern des Senats von Texas hingegen kam nicht oft vor und aus diesem Grund wuchs die Zahl der Schaulustigen von Minute zu Minute Während sie auf die Pistolen warteten, erhielt Montgomery von seinen politischen Freunden viel Lob dafür dass er mit Walter Fitschner den ungekrönten König des French Settlement aus der Welt schaffen wollte Ist dieser alte Bock erst einmal aus dem Weg geräumt, bringen wir auch die Leute dort dazu das für Baumwolle geeignete Gebiet an uns zu verkaufen Sie können ja weiter nach Westen ziehen, rief sein aus Georgia stammender Schwager der schon geraume Zeit auf der Suche nach einem geeigneten Stück Land war auf dem er sich hier in Texas ansiedeln konnte Am Rio Colorado gab es einige solcher Flächen Doch solange Walter Fitschner dort das Sagen hatte, bekam kein Sklavenhalter die Chance, sich dort festzusetzen Montgomery nickte seinem Schwager zu Wenn Fitschner erledigt ist, werden wir auch mit seinen Söhnen fertig Das French Settlement ist fruchtbar genug für mehrere große Plantagen Vielleicht werbe ich sogar um Coureurs Tochter und richte mir mit seiner Unterstützung dort eine zweite Plantage ein Die Neger dazu könnte ich aus Virginia oder North Carolina holen Unweit der beiden, aber durch Welten getrennt, wartete Walter auf Hustons Rückkehr Er selbst wirkte völlig gelassen, aber seine Söhne waren nervös Du hättest diesen aufgeblasenen Kerl mir überlassen sollen, erklärte Josef Er hat mich herausgefordert und nicht dich, Walter lächelte Schon viel zu lange hatte er sich Montgomery's Hetzreden und die seiner Freunde anhören müssen Und so empfand er tiefen Groll Er zog seine Söhne mit einer tröstenden Geste an sich Es wird schon gut gehen, und wenn nicht, so trete ich mit reinem Gewissen vor meinen Herrgott Ich bin in dieses Land gekommen, um der Unfreiheit zu entgehen Daher will ich auch keine anderen Menschen als Sklaven sehen Ach du kannst den armen Hunden, die in dieses Land gebracht worden sind, nicht zur Freiheit verhelfen, Vater Wandte Josef ein Aber ich kann sagen, dass ich es nicht für gut erachte Und an das Gewissen meiner Mitbürger appellieren, dass sie dies nicht weiter zulassen sollen Geht dies nur durch meinen Tod, dann soll es eben so sein Seinen Worten zum Trotz empfand Walter wenig Lust, an diesem Tag zu sterben Ich glaube, Houston kommt zurück, meldete Waldemar Dann geht zu ihm und seht euch die Pistolen an, forderte Walter seine Söhne auf Diese gehorchten, und für einige Augenblicke stand er allein da Walter sah, wie Houston und die Sekundanten seines Gegners näher kamen, und seine Anspannung kehrte zurück Wir haben die Waffen geprüft Sie sind in gutem Zustand, und von gleicher Art, erklärte Josef Einer von Montgomerys Sekundanten nickte Das gleiche haben auch wir festgestellt Jetzt sollen die Pistolen unter Aufsicht geladen werden Tut das, beschied Walter ihnen knapp Montgomerys Handflächen wurden feucht vor Schweiß Er starrte auf die beiden Pistolen, die in tödlicher Schlichtheit in ihrem Kasten lagen Eben nahm eine seiner Freunde die Waffe heraus und lud sie unter den wachsamen Blicken der Fitschner Söhne Da kein anderer es wagte, seinem Vater offen beizustehen, ergriff Josef die andere Pistole und lud sie mit derselben Genauigkeit Wir haben beschlossen, dass jeder die Pistole erhält, die sein Sekundant geladen hat Erklärte Houston eben regelgemäß Die Entfernung wurde auf zwanzig Schritte festgelegt Damit keiner einen ungerechten Vorteil erhält, wird kein Mensch das Zeichen zum Feuern geben, sondern das erste Pferd, das zu Viren beginnt Habt ihr verstanden? Ich habe verstanden, antwortete Walter Verstanden Montgomery nickte und griff dann zu Pistole, die sein Sekundant ihm reichte Während er sie kurz überprüfte, lachte er böse Jetzt sind Sie an der Reihe, Fitschner Walter kümmerte sich jedoch nicht um den Ausruf, sondern nahm die andere Pistole an sich und sah zu, wie Josef und ein Sekundant seines Gegners die Entfernung ausmaßen Als dies geschehen war, stellte Montgomerys Sekundant sich in Positur Wir werfen eine Münze, der Gewinner kann sich den Platz aussuchen, von dem aus er schießen wird Als Geforderter können Sie wählen, ob Sie Kopf oder Zahl wollen, Mr. Fitschner Zahl, entschied Walter Der Sekundant zog einen Dollar aus der Tasche, zeigte ihn jedem, der in seiner Nähe stand, damit man sehen konnte, dass es sich um eine neue Münze handelte und wollte sie dann Josef geben Werfen Sie, ich vertraue Ihnen, antwortete dieser Mit einer kurzen Bewegung schnellte der andere die Münze in die Luft Sie drehte sich ein paar Mal um die eigene Achse und landete dann auf dem Boden Kopf! Tut mir leid, Mr. Fitschner, Ihr Gegner hat die Wahl Der Mann gab sich Mühe, keinen Triumph zu zeigen Denn einer der Duellanten würde die Sonne schräg von vorne haben Und das war nun mit Sicherheit nicht sein Freund Montgomery Dieser wies auch sofort auf die günstigere Seite Ich wähle diese Stelle Walter nahm es mit einem Schulterzucken zur Kenntnis und ging zu seinem Platz Im Gegensatz zu Montgomery hatte er die Waffe noch nicht gespannt, sondern wartete, bis auch dieser sich aufgestellt hatte Sobald ein Pferd wird, könnt ihr schießen, betonte Sam Houston noch einmal Nun erst spannte Walter die Pistole und hob sie hoch Sein Gegner zielte bereits auf ihn, um sofort abdrücken zu können, wenn ein Viren erklang Obwohl es in der Umgebung etliche Pferde gab, blieb es jedoch still Keiner wusste zu sagen, wie viel Zeit verging Sekunden dehnten sich zu Minuten und Minuten zu Stunden Für Walter und seinen Gegner wurde es zunehmend schwer, die Pistole mit dem ausgestreckten Arm zu halten Während Montgomery die Zähne zusammenbiss und mit dem Zeigefinger den Abzugsbügel umklammerte, atmete Walter ruhig durch und hob den Lauf der Waffe ein wenig, um das Gewicht zu verlagern Plötzlich hallte ein misstönender Laut durch die Stadt Noch während des ersten Tons feuerte Montgomery und sah seinen Gegner kaum merklich zusammenzucken Walters Wange und Hals färbten sich rot und für ein paar Augenblicke hoffte Montgomery, ihn entscheidend getroffen zu haben Da senkte Walter den Lauf seiner Waffe ein wenig und zielte auf die Brust seines Gegners Sagte sich aber, dass er mit Montgomerys Tod nichts gewann Daher zog er die Waffe leicht höher, um den anderen in der Schulter zu treffen Sein Schuss krachte, doch in dem Moment ließ Montgomery die nutzlos gewordene Pistole sinken und bewegte sich unbewusst zur Seite, um der Kugel seines Gegners zu entgehen Statt der Schulter traf die Kugel daher den rechten Oberarm Montgomerys Pistole flog durch die Luft und blieb mehrere Yards entfernt liegen Blut floss wie ein Bach aus der Wunde, während er bleich und mit einem verwunderten Ausdruck dastand Offensichtlich konnte er nicht begreifen, was geschehen war Einen Arzt! Einen Arzt! kreischte Rachel Courreur und eilte zu Montgomery Bei Gott, welch ein Unglück! Sie sind hoffentlich nicht schwer verletzt, Senator! Montgomery versuchte, den Arm zu bewegen, ließ es aber mit einem Aufschrei sein Endlich kam der Arzt, holte ein Skalpell aus seiner Tasche und schnitt damit die Ärmel von Rock und Hemd auf Ein einziger Blick zeigte ihm, dass es mit einem schlichten Verband nicht getan war Mr. Montgomery muss auf einem Bett liegen, damit ich ihn richtig versorgen kann Können Sie gehen? fragte er den Verletzten Dieser nickte mit knirschenden Zähnen, war allerdings so bleich, dass mehrere seiner Freunde ihn stützten Während der Senatssitzungen lebte Montgomery im Hotel, doch als man ihn dort hinbringen wollte, mischte sich Lucretia Ransom, die Witwe eines Parteifreundes, ein Senator Montgomery braucht bessere Pflege, als er sie im Hotel erhalten könnte Schafft ihn in unser Haus So konnte sie sich die Dankbarkeit des reichen Baumwollpflanzers sichern Ihr Ansehen in der Stadt heben Und, wenn alles gut ging, ihre Tochter an den Mann bringen Sch Zähnen So so So